Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Kompetenz. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kompetenz bedeutet, etwas gut zu können. Kompetenz bedeutet, etwas gut zu können. Kompetenz bedeutet, etwas gut zu können. Kompetenz im Zeitmanagement ermöglicht effizientes Arbeiten und persönliche Entfaltung. Kompetenz im Zeitmanagement ermöglicht effizientes Arbeiten und persönliche Entfaltung. Kompetenz im Zeitmanagement ermöglicht effizientes Arbeiten und persönliche Entfaltung. Die sportliche Kompetenz wird durch Training und Ausdauer gestärkt, was zu besseren Leistungen führt. Die sportliche Kompetenz wird durch Training und Ausdauer gestärkt, was zu besseren Leistungen führt. Die sportliche Kompetenz wird durch Training und Ausdauer gestärkt, was zu besseren Leistungen führt. Die sportliche Kompetenz wird durch Training und Ausdauer gestärkt, was zu besseren Leistungen führt. In vielen Fällen ist die Erfahrung der Schlüssel zur Kompetenz. In vielen Fällen ist die Erfahrung der Schlüssel zur Kompetenz. Lesekompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung für Bildung. Lesekompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung für Bildung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung! Vielen Dank.